Musik Nur große Häuser und dann sind alle Blumen gestorben. Das nennt ihr innovative Ideen. Eddie, denkt wie ein Computer und wie ein Mensch. Die Reste einer Welt, die nach und nach bröckelt und bricht und zusammenfällt. Musik Eddie, will Familien suchen. Wir sind die Rüte. Aber meine Eltern wollten mir unbedingt, dass ich die Fabrik übernehme. Ja, und das System hat unsere Fabrik übernommen. Wir müssen ihnen leider mitteilen, dass die Deponie mit dem heutigen Tag beschlossen wird. Sie zerstören unseren letzten Lebensraum. Wir werden unsere Deponie verteidigen. Bitte verlassen Sie die Deponie. Verlassen Sie die Deponie. Halt, Halt. Sehr halt. Wir nehmen uns alles weg. Alle. Hat dir niemand daran gedacht, das System einfach auszuschalten? Hüppi. Wer hindert uns daran? Wir geholten ja nur, weil wir es immer getan haben. Was muss geschehen, mag es gleich geschehen. Der Haupt-Commuter, Eddie, will unbedingt ein Haupt-Commuter sein. Gehen wir oder nicht? Ich hab's. Wir planen eine Revolution. Genug der Worte, genug der Worte. Ich will endlich Taten sehen. Ich habe nur meine Arbeit getan, wie jeder andere Keul-Arbeiter auch. Es gibt kein System mehr. Eddie hat es gerade ausgeschaltet. Es ist vorbei. Super. Äh, gut gemacht. Bis zum nächsten Mal.